Gibt es eine Bewegung, AfD heißt die, im Moment liegt sie über 3%. Macht die Ihnen Sorge? Könnte ja auch Ihre Partei möglicherweise treffen bei der Wahl. Das ist richtig. Deshalb gibt es da auch keinerlei triumphierenden Unterton in der Betrachtung der AfD nach dem Motto, die schaden als erstes der CDU oder der FDP. Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich mir vorstellen kann, dass die auch Vorurteile und Ressentiments in den Reihen der SPD-Wählerschaft einsammeln können. Ich glaube nicht, dass sie über 5% kommen, aber sie drücken etwas aus, was es in anderen Ländern längst gibt, eine gewisse Distanz, um nicht zu sagen Europafeindlichkeit. Und auf dem Klavier kann man offenbar heute nicht nur Parteien gründen, sondern auch in einige nationale Parlamente kommen. Das ist hochgefährlich. Denn was ist die Antwort dieser Parteien auf die Zukunft Europas? Entwickeln wir uns zurück zu einem ganz losen Staatenbündnis, das einen gemeinsamen Markt hat, oder gehen wir die Straße weiter in der europäischen Integration?